So ein Australium am Passador, und dann wird der einfach genervt, Alter. Wo bist du denn eigentlich? Hab ich schon mal einen Rant gemacht, der Spyroof total underpowered ist? What the fuck? Hier. Neben sind da drei Leute gleich noch aus der Tür rausgekommen, und die sind sofort wieder umgedreht. Und zwar einfach alles. Oh! Hab den Enjunior schon zweimal nahe kipptet. Und ich wurde im Nah-Grap gekrittet, er ist im nächsten Stückis. Ah, ich habe vergessen, was für eine krasse Sache der Scorch-Shot ist Wie ist Stormwind? Ich habe das nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Mit den Händen? Den hast du nie gesehen, den Sniper, oder? Oder werdet ihr übernommen? Ich habe das nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Oh! Mann! Was ist 5 von mir? Das geht nicht. Was ist das? Ich habe mich nicht... Bro, Mr. Schultz, ein Hint in deine fucking Rock'n! So. Du kack, ey, du dreck, wie kann... Alle meine Staffs sind so knapp und ich kacke trotzdem alle. Fuck, das war kein Triller, das hat mich so angefühlt, eigentlich. Oh lord, deswegen näher ich hab alle meine Shots gemessen. Ja. Immerhin versuchst du's mal. Und wo gibt's hier, äh... Wo wo...